Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Watch Dogs und diesmal geht es weiter. Wir haben sogar jetzt 13$ Mapple gefunden und eigentlich wollte ich ja mal kurz gucken, was wir denn hier eigentlich so kaufen. Kaufen, 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 Ausflugungen. Ja, Motor auf Abruf, was gibt es denn hier schönes? Badgett, Leistung, Motorrad, Schwer, Sport, Truck. Das ist cool, ne? Die haben wir schon ein paar Mal gefahren. Das geht ja auch. Ja, krankenfahrt haben wir noch gar nicht gesehen. Okay, cool. Was haben wir denn hier eigentlich? So Maskelcars. Öhm. Okay. Ja, Motorräder gibt es wohl noch nicht so viel. Das sind ja schon krasse Wagen. Obwohl hier dieser 346 der TTD sieht schon sehr komisch aus. Ähm. Sieht schon merkwürdig aus. Sollen wir den kaufen? Ich meine, wir haben doch einen Wagen eigentlich, aber... Der sieht gut aus hier. Ist ja komisch. Oh, ne. Mit der? Obwohl der sieht besser aus. Den kaufen wir mal. Hm. Und wo gibt es dieses Auto jetzt? Das wäre die Frage, ne? Ähm. Ich wiss gar nicht mehr, wie das war. Oh. Ich wiss echt nicht mehr, wie das war. Nur mit... Mal kurz gucken auf der Karte. Abholst das hier. Handyspiel. Sammelbar. Einbruch. Ach, vielleicht muss ich den noch abholen. Wenn ich ein Auto auf abrufen. Na? Dann muss man den ja... Den haben wir ja. Die Autos muss ja dann auswählen und dann bestellen. Deine Kutsche wartet. Genau. Hm. Ganz easy. Genau. Da geht's schon bemerklich. Oh, okay. Ja. Ich denke, wir machen... Erstmal dieses Verbrechen, das wir grad gesehen haben. Ah, ich hab mir die andere mitgenommen hier. Ja. Okay. Hier muss es sein. Muss ich ihn nur noch finden? Hm? Hm? Nicht. Nicht, dass wir alle kennen, wir sind. Ja. Ne, ne, ne. Ja. Ja. Ich darf keine Zeit. Ja. Nichts. Ah mein Gott, muss ich entfliehen. Ich muss fliehen, geht nicht anders. Ich bin so viel geschlagen, ja, ich weiß auch. Krass. Ja, so ist das. Okay. Ich müsste eigentlich mal ein paar Waffen kaufen oder sowas in der Richtung. Also ich habe ja, naja gut. Okay, suchen wir uns mal diesen Jungen. Wir müssen ja mit der Kampagne wie vorwärts kommen, weil sonst sind wir hier noch Jahrzehnte. Äh. Oh, oh. Hat der jetzt geschrieben? Was? Wollen... Vorbild. Achso, gut. Okay. Das davon ist ein Blitzes. Den wollen wir jetzt aber nicht verärgern, oder? Ähm. Erstmal. Macht mir blitzes davon. Hallo. Haha. Geil. Perfekt. Perfekt. So würde ich das jedenfalls sagen. Oh, das ist wieder ein Verbrechen. Okay. Fahren wir mal hier los. Und das mal hoffentlich den kriegen. Hm. Guck mal, das ist jetzt ja. Oh, das ist ein hübsches Auto. Hübsches Auto mit... Ach der Scheiße. Oh, das ist gar nicht so da so gut. So. So. Okay. Schauen wir doch mal wer uns das theoretische Opfer ist. Der Typ der daneben steht, ne? Jupp. Wer nicht hören will, hau ab man! Ja, genau. So müssen wir das machen. Ja. Hm. Auch Kudewagen hier. Was? Zzzzzz. Äh, hat die Bedürfung die Bedürfung unterlegt. Bapapapap. Aha. Aha. Okay. Ja, ist die Bedürfung. Interessant. Interessantes Objekt. Hübsch. Hier kommt, das mache ich nochmal ganz kurz. Ganz kurz. So. Ich hoffe mal, dass... wir dürfen durchfahren. Das geht glaube ich schneller. Wie ist denn das Interessante Objekt? Hä? Okay. Hast du ein Problem? Ja. Nö. So. Schauen wir doch mal. Okay. Absolutely. Tschüss. Wk. Seheumfragen haben gezeigt, dass der mehrheit der Bevölkerung die Kassen dieses Manifest ist. Moin fliehen Es geht jedenfalls so gut. Was hat denn das Ding? Ach, hier vorne war das. Ah, okay. Okay. Es regnet wieder so, ne? Nein, kein Unnönern-Rennen. Also bald, äh, ich jetzt. So, schönes Auto. Obwohl das eigentlich anders sah auf dem Bild. Soll das irgendwie, hört auch nicht, es ist schön, es ist genau so aus. Okay. Machen wir die Musik. Äh, Mission. Äh, rollenvollbild. Mal schauen. Was zum Teufel macht Jackson hier? Das ist der Racine Van. Verdammt, er denkt, seine Mutter ist hier. Aber es gehört alles dem Mann. Nach dem Auktions-Fiasco werden die Jungs schön wachsam sein. Alle Gegner töten. Ich denke, es sollte den Typ nur retten. Also den Jungen. Äh. Auf einmal muss ich alles töten. Alles. Sie besitzen auch gar kein Gegner. Ach, da ist ein Gegner. So, gut. Haben wir schon mal zwei Kill-Typen erledigt. Ähm. Hm. Ich denke mal, wenn die zwei hier vorne ist, aber ich glaube, das ist hier oben. Oh. Hey. Hey. Boom. Hey. Okay. Oh. 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 Hey, ist da jemand? Hä, wo? Wie ist das verflucht? Hinder den schnell! Oh. Hä? Warum hat er das denn da drauf genommen? Dieses Regenzeug, ne? Äh, es regnet wie Sau und... Oh, das sind Gegner. So, den und den. Hm. Hm. Hä, ich hab den noch! Okay. Haltest du euch das langsam mal angehen? Dann geht das schon. Glaube ich. Weil der Gegner töten. So viele waren es auch gar nicht. Ich hab den noch mal angehen. Putain, das ist eine Rolle, ey. Der Typ. Ich hab den noch nicht effektiviert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017